viel spaß bei diesem video ne man moll bissl doof wie bei dem boss klatschen weg tue ich uns topas, da sorgen wir dafür sorgen dass wir das beil kriegen so viele verschiedene möglichkeiten wird es jetzt besser machen was weiß ich man kann sich irgendwie von irgendwo was aus dem lager holen man kann zur gruppe mates porte und so schätze ja stimmt, das ist im mode wo ich abhole na was liegt, geht aus dem weg so schon direkt steiner des feuer habe ich jetzt auch mal getroppt steiner des feuer, war das das für die feuer starb hier oder? da gabste noch eins na ja genau, hast du noch nicht gehabt? ne, ich bin der einzige der hier legis am laufenden band hofft nicht ich ja aber du hast auch schon was gehabt, du hast glaube ich der asthoff glaube ich gehabt und noch was aber nicht, hast du schon zwei legis gehabt? ja zwei, und wieviel hast du karte 20? ne ich mein zwei sah da jetzt ja ich habe zwei oder drei legis karte, mehr nicht ja gar nicht, ich glaube ich das gegenseitig wie wir hier sind also insgesamt halt wird das machen ziel, ne achte? ne achte? ne achte? ne achte? boah handelt da drang der gesundheit ey bin entzückt pfeiler von lichtholz und da von dingbombs, das waren die zwei beiler von lichtholz und bella-ballanos sehen das war ne schrottingt na das ist schon ein cooles video der pfeiler von lichtholzwasser klick ich hab schon Angst, gar durchkrieg'n wird ich will nicht alles noch machen 15 Azo, zwar schön wo durchkommt die Spaltung also ich hab schon mit ihm verlassen ich hab auch nix gekriegt das ist wieder dieses typische wenn man halt nicht näherer Meinung ist und ob können wir auch kompetenz aufstieg weil er verliesst das bestand am Ding war jetzt die die 50 Azo, oder? ja kein Tropfen, ey Ich bin grad irritiert, weil es eben kein Gestreifte. Das ist noch mal ne welche Uftauer oder? Okay, war es soweit jetzt? Wie viele Kugel willst du? Okay, weird. Ah okay, das ist gut, wenn man keine Truhe sammeln muss. Sorry, wenn ich dich beim Kochersteuer magisch war. Ich hab jetzt ein Greenscreen, also nimm mal über Software. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare sagen, wie ihr es empfindet. Ich finde es sieht grad gut aus, ich sehe jetzt auch grad keinen Übergang. Und ich finde damit die Ausleuchtung heißt die Kamera irgendwie flüssig. Aber das ist ja die perfekte Ausleuchtung, ich brauch mal so Keylights. Aber ich bin momentan irgendwo. Das ist der Job. Das ist der Job. Oh, hier wird mal okay. Gut, gut. Das. Dann, wie ist das? Mal . so will niemand im schlaf überrascht werden würde ich muss sagen niemand so jungen 2 müssen wir noch nie ändern müssen wir noch killen so kräuter irgendwo ist ich hänge auf zum steuereintreiber oh ja das cool down Oh. Ja genau, ich meinte im Moment ausweiche. Die Defensive ist echt fütter. Zauberheckendeckerle. Das ist doch neu. Okay. 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 Wäre eventuell besser gewesen, ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt ist es zu spät. Muss sein, oder? Denk ich mal. Oh, da rennen noch ein paar rum. Ah, ich glaub ich glaub. Noch und auch. Das wär wahrscheinlich eher was besser im Team irgendwie, Gruppe. Oh. 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 ich hab so viel das gefühl es wird viele hunde sind das hasen torwartzauern nach dem motto steuereintreiber doch draußen hallo leute willkommen auf meinem youtube kanal wenn euch die videos gefallen haben lasst mir gerne daumen hoch kommentiert gerne meine videos sagt mir wie ihr sie findet oder was ihr nicht so gut findet über kritik bin ich jederzeit dankbar vergesst bitte nicht dass ihr die glocke oben aktiviert damit ihr immer über meine neuesten videos benachrichtigt werdet viel spaß euch noch danke fürs zuschauen